Startzeit, ähm, wir schauen uns nun das Video von dem lieben Stay an, Kirche von Zuchauer will Stays Kanal sperren lassen. Das klingt so dämlich, dass wir es dringend angucken müssen. Also wirklich, jetzt bin ich hyped, aber jetzt muss auch was krasses kommen, sonst bin ich enttäuscht. Das Video ist schon zwei Wochen alt. Okay, let's go. Wer hat Messwein getrunken? Hier wird schon wieder Messwein getrunken? Ist Messwein eigentlich was anderes, außer Wein? Haben wir noch nie gehört, Messwein. Messbechern kommt, Digga, ich meine ernsthaft. Heiliger Wein. Ist das nicht einfach Schnaps, bloß eben gesegnet oder so? Messwein. Messwein? Das ist ein Messwein, habe ich noch nie gehört. Messwein, auch Altarwein, ist der Wein, der in der Feier der Heiligen Messe oder des Heiligen Abendmahles verwendet wird. Die Herstellung von Messwein erfolgt in der römisch-katholischen Kirche nach bestimmten von der Kirche festgelegten Vorschriften und natürlichen Reinheit und Unverfälschtheit. Ich habe damals, als ich so in der Kirche war, habe ich immer Dings, ähm, stimmt, doch, da gab es auch Wein. Also, als ich noch Jugendlicher war und oder beziehungsweise auch noch jünger war, habe ich Traubensaft getrunken, da gab es auch so Traubensaft, Alternative sozusagen, und dann später halt so wirklich Wein. Ja, das war immer so, dass das Treffen, um sich zu besaufen, ne? Einige haben vorgeglüht so und ich war halt in der Kirche und, und habe mir Messwein gegeben. Killerhase. Vielen, vielen lieben Dank für den 27. Monat. Vielen Dank. Du hast es schon als Kind ein Alki. Ja, ja, die Kirche hat mich geprägt. Deswegen bin ich heute auch so, wie ich bin. Ist nur gewasserter Wein. Ja, ist gesegnet, oder nicht? Herstellung von Messwein erfolgt in der römisch-katholischen Kirche nach bestimmten, nach bestimmten von der Kirche festgelegten Vorschriften der natürlichen Reinheit und Unverfälschtheit. Also ist nicht bekannt. Er ist sozusagen vom Priester verzaubert worden. Damit kann ich was anfangen. Damit kann ich was anfangen. Damit kann ich was anfangen. Er wurde verzaubert. Er wurde, der Messwein wurde verzaubert, Digga. Ist okay. Aber ich habe jetzt noch nicht gesehen, wer Messwein trinkt. Warum sollte man den verzauerten Messwein trinken? Ah, hier. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Stel, ich kann verstehen, wenn Menschen nichts mit Religion beziehungsweise Glauben anfangen können und es auch ablehnen. Aber Kennt ihr das? Wenn ihr eine Sprache, wenn ihr sprachliche, wenn ihr Sprache... Ich kann es verstehen, dass du das machst. Aber eigentlich verstehe ich das nicht. Alles vor dem Arm aus. Egal. Dennoch finde ich schon, dass du manchmal respektlos gegenüber dem Glauben anderer bist und du bewusst provozierst. Das denke ich nicht. Aber das ist... Ich würde schon sagen, dass er schon respektlos gegenüber dem Glauben anderer ist. Würde ich schon meinen. Ich kann beide Seiten verstehen. Mir persönlich ist es auch völlig egal. Jeder soll das glauben, was er möchte. Also ich würde jetzt nicht sagen, jo, dein Gott ist beschissen oder so, sondern ich würde einfach sagen, ey, mir ist es völlig egal. Glauben, was du willst. Lebe auch dein Glauben aus, wie du willst. Solange du halt da niemandem schadest, ne, es ist doch alles entspannt. Solange dir es da Hoffnung gibt und so weiter, ist das doch alles eine tolle Sache. Aber, ja, ey, manche übertreiben komplett einmal in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung. Ja, die einen sagen, ey, Kirche, komplett die größte Müllscheiße der Welt, Gott und so weiter. und die anderen sagen, jo, das ist das allergrößte für mich und wie irgendjemand sagt doch nur ein Wort, dann gibt's Prügel. Es gibt auf beiden Seiten so Cringe-Leute, anstatt einmal zu sagen, jo, akzeptiere ich und fertig ist. Wen juckt das? Ist ja auch nicht, also ist ja auch nicht so wild. Auch das ist eine Form vor der Diskriminierung. Anni, wer ist es um nichts dicht zu melden? Dankeschön für den Sub. Da Twitch eh nicht. Das ist eine Form vor der Diskriminierung. Leider bringt es auch nichts, dich zu melden, da Twitch eh nichts macht. Da mach ich mal Content draus. So. So, warte einen Moment. Machen wir eine schöne Überschrift. Seine Kirche will mich sperren lassen. Sag das nicht. Wegen dem. Ich habe eine Nachricht bekommen, die lautet, Stay. Ich kann verstehen, wenn Menschen nichts mit Religion beziehungsweise Glauben anfangen können und es auch ablehnen. Aber dennoch finde ich schon, dass du manchmal respektlos gegenüber den Glauben anderer bist und du bewusst provozierst. Auch das ist eine Form von Diskriminierung. Leider bringt es auch nichts, dich zu melden, da Twitch eh nichts macht. Daher will ich ehrlich sein. Seit knapp drei Monaten sammle ich Aussagen von dir und werde es auch einigen Gemeinden weiterreichen, damit sie dich melden. Ist doch völlig egal. Kannst du so viele Aussagen sammeln, wie du willst und das irgendwelchen Gemeinden geben? Die werden sich denken, Junge, was juckt uns dieser dämliche Twitch-Streamer? Was jucken uns irgendwelche Twitch-Streamer, die halt irgend so was sagen? Ey Leute, übertreibt doch nicht. Ja, Stay sagt ein paar Mal, dass er die Kirche scheiße findet und dann fertig ist. Ja, wie man sich da auch wieder so aufspielen kann. Ja, ey, manchmal übertreibt er auch, gar keine Frage, da fühlt man sich auch in manchen Situationen vielleicht provoziert. Will ich nicht sagen. Ich hab sehr, sehr stark gespürzt. Irgendwelche Aussagen zu sammeln, um das irgendeiner Kirche zu zeigen, dass sie dann irgendwie das meldet oder so. Ey, wie viel Langeweile willst du eigentlich haben in deinem Leben? Hoshi, danke für den, danke für den Versteckensab. Das ist sehr, sehr ehrenwert. Gut. Dann wünsche ich dir damit viel Erfolg und ich möchte dir auch erklären, was ich gegen die Kirche habe. Denn tatsächlich habe ich gar nichts gegen Glauben. Du kannst den ganzen Tag glauben. Ich glaube ja auch. Wir haben vorhin von dem Spaghetti-Monster gesprochen. Aber ich will noch mal erklären, warum ich gegen die Kirche bin. Besonders die katholische Kirche. Ganz besonders die katholische Kirche. Auf diesem Tablet, da sowas kennst du ja vielleicht, du sammelst ja auch schon drei Monate über mich. Befinden sich unzählige Artikel, die sich mit dem Zusammenhang des Missbrauchs, des sexuellen Missbrauchs von katholischen, geistlichen mit Jugendlichen auseinandersetzen müssen. Oder eben nicht auseinandersetzen. Diese Artikel schreiben immer wieder, dass es die katholische Kirche über Jahre nicht geschafft hat, ihre Verantwortung und vor allen Dingen auch ihre Pflicht gegenüber ihren Angehörigen gegenüber der Glaubensgemeinde wahrzunehmen, um das zu verhindern. Bis hoch zum Papst. Ja. Ja, bis zum Papst hoch. Deswegen ist meine Position eindeutig und ich formuliere sie sehr klar. Und ich möchte sie noch mal sehr klar formulieren. Einfach für dich. Jetzt muss man an der Stelle sagen, in dem Sinne sollte man dann nicht sagen, jo, wegen dem Glauben, das ist Schmutz, überhaupt daran zu glauben und sowas. Oder Religion ist Schmutz. Sondern das Institut oder das Institut Kirche, wie das aufgebaut ist und so weiter, das ist Schmutz. Das ist vielleicht dann besser nachvollziehbar für einige und die würden es dann eher verstehen, wenn du es so sagst, anstatt du sagst ja auch Religion einfach dumm ist fuck. Weil hier ein Kommentar... Ich glaube, das provoziert sonst einfach nur noch mehr. Das ist ein Sekterhasi, hundertprozentig. Ja, hier in meiner Community ist es auch wie so eine Sekte und ich finde es nice, dass ihr am Start seid. Ja, weil ihr labert mir alles nach und das finde ich gut. Ihr labert mir ja nicht alles nach. Ich bekomme so viel negative, nee, so viele frontende Kommentare, das ist immer so traurig. ... und taggeschrieben wurde, der von Diskriminierung, von Religion spricht. Mir ist es scheißegal, woran du glaubst. Ich glaube an mich selbst. Ich glaube an meine eigenen Fähigkeiten. Ich kann verstehen, wenn Leute das anders handhaben. Ist mir vollkommen egal. Können sie ja machen. Ich schränke diese Leute nicht ein. Ironischerweise werde ich da oft relativ heftig angegriffen, bis hin zu Tode. Hier labert ihr nach und das ist gut. Lang lebe die Alpha-Sekte. Das will ich sehen. ... gutes Wünschen, wenn ich solche Formulierungen mache, weil ich den Glauben von irgendjemanden beleidige. Ich erkenne keinen Gott. Ich erkenne, mir ist, für mich ist das vollkommen egal. Roti, danke für die 40. Da mache ich auch mal einen dummen Spruch, rede vom Spaghetti-Monster, aber das diskriminiert niemanden und das schreckt niemanden in seinem Glauben ein. Was ich aber deutlich einschränken möchte, ist die katholische Kirche. Tretet aus der katholischen Kirche aus. Es ist schlimm genug, dass selbst wenn man ausgetreten ist, mit Steuergeldern die katholische Kirche mitfinanziert und querfinanziert und kommt mir nicht mit Argumentationen von wegen der Caritas oder irgendwelchen verbundenen, glaubensverbundenen, würden dann durch die Kirche finanziert irgendwelche gemeinnützigen Sachen machen. Die Realität ist, dass das alles aus Steuergeldern kommt, zum großen Teil, zu 97%, zu 90%, zu 95%, ob das nun Caritas ist oder irgendwas anderes. Die Realität ist auch, dass die zwei letzten Jahre gute Jahre waren. Gute Jahre für Kirchenaustritte. In 2021 300.000, in 2022 500.000 und ich hoffe, 2023 wird es noch mehr. Denn die Leute müssen verstehen, dass sie mit den altertümlichen Strukturen der Kirche nicht der Glauben verbunden ist. Dass die Struktur mit den dazugehörigen mit den dazugehörigen Kontrollmechanismen überhaupt nichts mit deinen Glauben zu tun hat. Fühle ich aber. Das sollte wohl jedem klar sein. Also das fühle ich auch. Ja, also ich finde, Glauben findet hier statt und findet nicht damit statt, wenn ich dreimal in die Kirche gehe. Wenn ich jede Woche in die Kirche gehe. Ich war damals jede Woche in der Kirche. Ich war auch in der Junggemeinde. Ich war auch in der Christenlehre und so weiter. Aber das hat für mich nichts mit Klar, du kannst da vielleicht ein paar Sachen so festigen oder irgendwelche Ansätze da sehen und mitbekommen. Bla, bla, bla. Das hilft. Ist ja eine gute Sache. Aber ja, prinzipiell, du brauchst diese Institution nicht, um zu glauben. Außer Und jede Woche Wein. Und Wein. Auch viele Alkoholiker finden sich dann beim Abendmahl ein. Über zehn Jahren ausgetreten. Nee, ich bin vor zwei, drei Jahren. Nee, vor zwei Jahren bin ich ausgetreten. 2021. Da habe ich angefangen, YouTube-Twitch-Schauprofisch zu machen. Da bin ich dann auch ausgetreten. Da habe ich mich mal getraut. Die Leute, die mich da immer wieder aus dem Kontext ziehen sollen. Deswegen, sammel ruhig weiter. Zeig es deinen Gemeinden. Und vielleicht, wenn du den Leuten das zeigst, verlinkt dieses Video, damit die Leute in den Gemeinden verstehen, eigentlich hat er recht, ich sollte aus der Kirche austreten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Sind jetzt keine zehn Minuten, aber auch vier Minuten reichen für so ein Video auch vollkommen aus. Wir werden unter dem Video ein paar Artikel verlinken, die das Ganze untermauern. Sachbezogen. Ich denke, das macht Sinn. Da drunter zu schreiben und zu sagen, das ist der Artikel. Zack, 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 zack. Und dann die unzähligen Verfehlungen mit den Tausenden, Zehntausenden mit den Betroffenen, den Schadensersatzansprüchen, den Gerichtsverhandlungen. Das hat überhaupt nichts mit Glauben zu tun. Die Kirche hat nichts mit Glauben zu tun. Die Kirche ist ein Instrument, das Glauben instrumentalisiert, um dich zu bevormunden, bevormunden, so wie die Grünen, um dir Kontrolle aufzusetzen. Und ich konnte das zu einem gewissen Zeitpunkt, kann man das verstehen, weil die Leute noch nicht weit genug waren, um zu verstehen, wann es regnet und wann es nicht regnet. Dann kam halt jemand vorbei, der hat gesagt, wir erhöhen deine Steuern, du musst uns bezahlen, ansonsten wird dein Getreideland kaputt gehen. Das hat alles viel mit Kontrolle zu tun. Das sind veraltete Strukturen. Und diese veralteten Strukturen mit den Missbrauchsvorwürfen zusammen sind einfach Grund genug, um zu sagen, hey, das geht nicht. Und jetzt mal was ganz Positives in diesem Zusammenhang. Props gehen raus an Ostdeutschland. Denn in Ostdeutschland hat die Kirche da so nie wirklich zu Fuß gefasst. Meine stabilen Ossis, meine richtig stabilen Ossis, verhalten nicht so viel von der Kirche. Er meint mich, Leute. Mit stabilen Ossis meint er mich. Wir waren schon immer gegen das System, ja? Nein, aber, äh, also, also ich muss an der Stelle sagen, das verstehe ich halt umso mehr. Klar, ich meine, Stay, äh, er redet immer sehr, sehr, wie würde man es sagen? Aus einer Position, wo man denkt, okay, so eine Stufe überein. Wisst ihr, was ich meine? Manchmal provoziert, ist das schon sehr provokant gegenüber anderen und die fühlen sich da vielleicht auch missverstanden. Aber ich kann das schon verstehen, wenn er es mit erwähnt, dass er halt die Institution Kirche scheiße findet und nicht die den Glauben oder die Religion und so weiter. Ja, auch wenn er das nicht fühlt. Aber, ähm, weil die Institution finde ich auch in vielen Belangen Quatsch, ja? Was man auch so mitbekommen hat teilweise. Auch gerade katholische Kirche, ne? Die stand ja schon sehr, sehr lange in der Kritik. schon sehr, sehr viele Jahrzehnte und, äh, die haben es immer noch nicht wirklich hinbekommen. Also, das ist auch mal wirklich, äh, wirklich dieses Problem mal anzugehen, also jetzt so auf ernsthafte Basis anzugehen. Ne? Ja, stattdessen werden Leute gedeckt. Das ist schon sehr traurig. Bist du getauft? Ja. Bin auch konfirmiert. Ne? Von diesem Instrument. Aber, es ist auch nicht meins, sag ich euch ganz ehrlich, ja? Also, ich bin auch ausgetreten, ich bin nicht ohne Grund ausgetreten, ne? Also, ich bin auch, ich bin halt konfirmiert, dann war ich noch in der jungen Gemeinde, war halt noch so in der Kirche und so und bin da auch immer noch fast jeden Sonntag zur Kirche gegangen. Aber halt mehr, äh, wegen, äh, wegen der Familie. Äh, weil ich da eher so mitgenommen wurde. Es ist nicht so, dass ich gesagt habe, ich will da hin, sondern ich soll da hin, ja? Und das, äh, ja, keine Ahnung. Also, das, keine Ahnung. Wenn ich jetzt so zurückblicke, denke ich mir so, ja, es ist halt so verschwendete Lebenszeit in vielen Belangen gewesen. Aber gut, man hat halt auch Leute gesehen, die man auch mal sehen wollte und so. Also, Freunde. Ah, weiß ich nicht. Ne, also, keine Ahnung. Also, ich würde es nicht meinem, ich glaube, wenn, wenn ich ein Kind habe, würde ich, und ich jetzt gläubig, würde ich nicht mein Kind jeden Sonntag versuchen zu überreden oder so mehr oder weniger zu zwingen, die Kirche zu gehen. Weil umso abschreckender ist das, weil es einem nur langweilig ist. Und es war einfach nur langweilig. Wenn er singen irgendwelche Omis, äh, Lieder aus dem 15. Jahrhundert und man versteht nicht mal irgendwie den Sinn hinter diesem Lied. Wirklich, man versteht auch Ociana und sowas. Weißt du, man versteht kein Wort von diesem Scheißbuch, Lied, was weiß ich. Ich sing da irgendwas mit und, und was bringt mir das jetzt, wenn ich das singe? Es ist einfach, ich check das nicht. Und ich weiß nicht, wie man das nicht erneuern kann oder irgendwie mal, man möchte ja jüngere Leute auch irgendwie mit in die Kirche ziehen. Ja, aber das machst du bestimmt nicht, wenn du so ein uraltes Buch irgendwo hinklatschst, sondern sagst, ja, spiel mal hier die 5. Sinfonie von irgendeiner Kacke und dann, und dann sing mal in Slowmotion irgendein Lied. Das ist doch nervig, ja. Also da hat doch keiner Interesse dran, ja. Nee, das war schon immer abschreckend, da hatte ich auch keinen Bock drauf gehabt. Und ich bin eigentlich froh, dass ich da auch komplett raus bin. Kirche. Das will ich mal positiv mitgeben. Also Grüße gehen raus an die stabilen Ostdeutschen. Tja, na dann, viel Spaß beim weitersammeln. Den Gospelkram finde ich ganz leid. Ja, den Gospelchor finde ich auch nicht schlecht, ja. Aber das ist kein Gospelchor, was du in der Kirche findest, sondern da singen halt sehr alte Menschen irgendeinen Text, den keiner versteht und was einfach auch einfach auch langweilig ist, ja. Und dann klingt das auch nicht mehr so geil. Jetzt reicht's vielleicht für ein Video, oder? Mal gucken. Und nur fürs Protokoll, die Person wurde nicht gebannt. Sie konnte ihre Position hier sagen, auch wenn sie hier, ihre einzige Existenz auf dieser Plattform ist, Ausschnitte von mir zu nehmen, um mich an Gruppen weiterzuleiten, um mich dann hier sperren zu lassen. Wie auch immer das funktionieren soll, die Person ist nicht dafür gebannt worden. Uh, gerade hat das hier geblitzt, unheimlich und jetzt fallen rote Tropfen vom Himmel. Also jetzt den Band haben wir auf jeden Fall geschwungen für Stay. Also ich hätte Stay gebannt einfach. Ich muss doch die zehn Minuten überstehen. Messwein ist Wein, aber zumindest in der Kirche, die ich kenne, nicht so süß ist. Also etwas seichter. Schließlich soll der Priester danach ja noch bei Sinn sein. In der katholischen Kirche wird der Wein während der Messe gewandelt. Sie glauben, dass in diesem Moment tatsächlich zum Blut Christi wird und gemeinsam mit dem Brot quasi Gott in sich aufgenommen wird. Genau, der Leib Christi. Die evangelische Kirche sieht das Prozedere eher symbolisch. Danke für die Erklärung, Digga. Ich wusste das nicht. Ich wusste es. Christi Leib wird dich gegeben. Das ist immer so, der Pfarrer steht dann vor einen und er sagt dann so, Christi Leib wird dich gegeben. Du hältst dann so deine Hand auf. Dann drückt er dir so eine Hostie in die Hand. Also so eine kleine Scheibe von irgendwas. Keine Ahnung. So Mehl und ich weiß nicht aus, was eine Hostie besteht. So, dann nimmst du das und dann kommt in der zweiten Runde so ein Kelch. Dann musst du so entweder diese Hostie dort eintunken in diesen Wein trinken, dann essen oder du frisst die Hostie und dann trinkst du. Obladen, das ist ein Obladen. Ja, wird halt Hostie genannt. Ja, aber schön, dass für dich ein Obladen ist. Ähm, genau, ja. Ja, genau. Also dann kommt noch Christi Blut für dich vergossen. Genau, dann, wenn dieser Kelch kommt, ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, also meins ist es nicht. Wie gesagt, ich hab das alles durch. Ich kenn das alles. Aber ich bin bewusst ausgetreten, weil ich das auch nicht fühle, muss ich sagen. Ja, also ich kann verstehen, wenn man sagt, die Institution Kirche mit den ganzen Skandalen, die auch drumherum sind, ähm, ist teils nicht vertretbar und nicht gut. Kann ich durchaus verstehen. Was ich nicht so verstehen kann, ist, wenn man zum Beispiel Leuten den Glauben abspricht oder sagt, dass es einfach scheiße ist, an was sie glauben. So, lasst doch Leute glauben, an was sie wollen. Man sollte nur nicht irgendwie verwerfliche Dinge ausleben oder so. und, ähm, das ist sowas mit.